Aber natürlich freue ich mich, wenn ihr alle zum Muskeltraining gekommen seid, denn ihr wisst ja, Muskulatur ist für mich ein ganz wichtiges, gesundes Organ, was für unsere Vitalität so entscheidend ist. Aber macht man es nicht richtig, dann können schon ganz schön viele negative Folgen daraus resultieren und genau darum geht es in diesem Video. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund des Muskeltrainings, aber leider hat es natürlich auch Konsequenzen, wenn man vielleicht zu viel trainiert, Muskeln überlastet, denn Muskeln können auch Schaden nehmen. Überlastungsreaktionen, Zerrungen, Krämpfe, Risse, all das habt ihr vielleicht schon mal gehört und das geben wir nur mal dem Einzelnen an. Muskeln reagieren natürlich auf Trainingsreize, müssen sie auch, damit sich bestimmte Anpassungserscheinungen wirklich auch darstellen. Und die erste Anpassungserscheinung, die ihr immer erkennt, ist Muskelkater. Klassische Überlastungsreaktion, die neben der Ermüdung, neben der vielleicht schwere Beine-Symptomatik, die ihr ja auch kennt, wenn ihr mal Ungewohntes macht, so die erste körperliche intensivere Reaktion ist auf das, dass der Muskel sagt, hm, das war aber jetzt ein bisschen viel. Und Muskelkater ist ein entzündlicher Prozess. Dabei passiert es letztendlich, dass kleine Einrisse durch die körperliche Aktivität entstehen. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr im Sommer mal bergab geht, also eine Wanderung macht, dann ist gerade dadurch die Belastung des Abfederns, des Abfangens und dann auch in die Länge ziehens eine große Problematik dafür, dass der Muskel das irgendwann nicht mehr schafft, kommt zu kleinen Einrissen ins Gewebe, blutet nichts, ist nicht schlimm, aber das, was ihr verspürt, ist eine Immunreaktion. Muskelkater, also nach 18 bis 24 Stunden tritt das auf, da quillen die Zellen auf, Wasser wird eingelagert, es wird erwärmt, gerötet ist es innen drin und das ist genau das, was ihr verspürt, ein Heilungsprozess des Immunsystems. Das macht man ein bisschen langsamer, ein bisschen Ruhe, also nicht die gleiche Belastung, die identische Belastung wieder. Nee, ihr könnt euch ein bisschen helfen, indem ihr Stoffwechselaktivierung lokal macht, ein bisschen vielleicht Bürstenmassage, ein bisschen Sauna, auch schon mal vielleicht kalt-warm-Reize, aber so ein bisschen thermische Reize helfen da extremst, ruhiger Spaziergang, kleine Radtour vielleicht, also ganz leichte Belastung, das hilft dir. Und vor allen Dingen auch einmal ein bisschen Entspannung und gönnt dem Organismus auch nochmal Ruhe. Die nächste Stufe ist natürlich der Muskelkrampf. Puh, sehr ungewöhnlich und sehr unangenehm vor allen Dingen. Der Muskel zieht sich maximal zusammen und man kriegt ihn kaum wieder in der Länge gezogen. Häufig dann, wenn Muskulatur überfordert war, ermüdet ist, energetisch leer ist, Mineralstoffe verloren hat, dann tritt der Krampf auf. Es ist eine Irritation der Kommunikation zwischen Nerv und Muskel. Das heißt, der Nerv sendet Signale und der Muskel wird nicht mehr in die Entspannungssituation gebracht. Er verkrampft und das ist eben dann eine nicht mehr vorhandene Entlastung. Entspannung führt dann eben zu dieser Daueranspannung und die tut einfach weh. Löst man, indem man erstmal dehnt, also einen Gegenreiz ausführt und den müsst ihr schon machen. Den müsst ihr schon selber machen oder ihr lasst euch vielleicht, wenn der Partner nebendran im Bett liegt, mal eben so den Oberschenkel hinten dehnen. Denn meistens passiert es in der Wade, unter dem Fuß oder im Oberschenkel, weil das sind die belastetsten Regionen des Oberschenkels und des Beines insgesamt. Also in die Länge ziehen, lockern, Wärme auflegen, für Durchblutung sorgen und zweitens Flüssigkeit tanken, dringend. Am besten natriumreiches Wasser trinken, damit der Mineralstoffhaushalt zugeführt wird, wieder optimal. Dann versucht es bitte mal mit schneller Energie, Kohlenhydrate, weil häufig ist es auch eine Energiefrage und vor allen Dingen geht vielleicht mal ein paar Meter im ruhigen Zustand, um wirklich die Durchblutung wieder aufzubauen, damit das versiegen. Und deswegen passiert das ja leider in der Nacht häufig, wenn so unheimlich wenig Druck im System ist, so wenig Durchblutung richtig stattfindet, das Blut etwas zähflüssiger wird, genau dann ist die Zelle nicht mehr optimal versorgt. Das ist ein Krampf. Magnesium, das hilft in der Regel nicht. Viel eher natriumreiches Wasser, insbesondere danach oder auch schon mal während des Sports, wenn ihr viel schwitzt. Das macht Sinn, damit ihr eben keine Krämpfe bekommt. Die nächst höhere Stufe des Problems, Zerrung. Hm, schon mal gehört, gerade im Fernsehen ja häufig, oh, der hat beim Sprint sich eine Zerrung gerade hinten im Oberschenkel zugezogen. Ja, dabei wird die Muskulatur in einer Anspannung häufig überdehnt. Zerrung heißt also Überdehnung. Nichts kaputt, aber letztendlich ist die Muskulatur über die normale proportionale Längenveränderung einfach hinausgezogen. Heißt, Pause. Zwei bis fünf Tage, bisschen mehr Bindegewebe-Massage, Ruhe geben, Durchblutung sorgen, Wärme hier, vielleicht auch ein bisschen Eis in der Anfangsphase, um so ein bisschen Vasokonstriktionen zu erzielen, aber um danach Vasodilatation, das heißt also Erwärmung herbeizuführen und damit Gefäßweitstellung, das hilft. Zwei bis fünf Tage, höchstens ein bisschen vielleicht spazierigen oder langsam joggen, dann ist die Zerrung in der Regel wieder ausgeheilt. Nächste Stufe, Muskelfaserriss. Huch, das hört sich schon blöd an. Ja, da ist nämlich wirklich was gerissen. Dabei reißt eine Muskelfaser oder häufig ein Muskelbündel, das heißt also mehrere Fasern sind dabei zerstört. Dabei wird also, könnt ihr euch vorstellen, die Muskelfaser überproportional gedehnt, zerreißt. Das heißt, es kommt zu einer Kontinuitäts-Einschränkung in der Muskelfaser und dementsprechend blutet es auch dann. Also Muskelfaserriss ist in der Regel immer auch häufig von außen zu betrachten, indem sich da so ein kleiner blauer Fleck ansiedelt, genau dort, wo die Stelle war oder dort, wo das Blut dann einfach hinläuft. Also, was macht man? Am besten sofort Eis, wenn das verspürt. Es ist ein stechender, heller Schmerz. Alle, die das schon mal gehabt haben, ich nehme mir auch, die wissen, was das bedeutet. Also heller, als wenn so einer mir ein Messer reinhaut, ist das. Das ist der Schmerz. Sofort Eis drauf, Kompression ein bisschen und hochlagern, damit das Blut nicht zu stark in diese Stelle hineinfließt, denn das stört Heilungsprozesse. Die Folge ist natürlich erst einmal Ruhigstellung und das über mehrere Tage. Also man braucht schon bis zu 14 Tagen, bis so ein Muskelfaserriss, auch wenn es ein kleines Bündel ist, wieder heilt, ein bisschen Stoffwechselaktivierung, setzt euch aufs Fahrrad, macht so ein bisschen quasi Aktivierung der Durchblutung, immer mal kalt, Wärme, Veränderung und leichte Massage und ganz leicht ab der ersten Woche beginnt ihr wieder Zug auszuüben, damit das Gewebe, das Narbengewebe eben vernünftig wächst. Denn, könnt ihr euch vorstellen, aus der Muskelfaser, wenn da ein Riss entsteht, gibt es immer Narbengewebe. Und Narbengewebe darf nicht so sein, sondern Narbengewebe muss immer so sein. Und damit ihr nicht später eine wetterfühlige Narbe in der Muskulatur habt, heißt das, übt leicht den Zug aus und dann weiß die Struktur sofort, in welche Richtung muss ich eigentlich wachsen. Und der Super-GAU, der Muskelriss, reißt der komplette Muskel ab, entweder am Ansatz oder am Ursprung, manchmal sogar im Muskelbündel, also in der Mitte. Das ist eine komplette Kontinuitätsveränderung quasi, hat man häufig im Alter im Bereich des Bizeps, wo schon mal bestimmte Strukturen abreißen, hier oben in der Sehnenplatte auch schon mal, es zu Einrissen kommt, in der Rotatorenmanschette, im Sport, im Bizeps, insbesondere dann, wenn es zu viel gepumpt wird, hohe große Gefahr. Also Überlastungsreaktionen können wirklich zu einem massiven Riss in der Muskulatur finden. Häufige Folge, Operation. Fast die einzige Lösung, die man so hat. Und das zieht manchmal eine Ruhigstellung von mehreren Monaten nach sich, insbesondere wenn Sehnengewebe mit beeinträchtigt ist. Und das heißt, ob der Sport in der Qualität noch mal ausgeführt werden kann, wirklich problematisch. In der Regel sind wir es meistens selber schuld. Vorbereitung hat gefehlt, Aufwärmung hat gefehlt. Oder eben, wir sind zu stark ermüdet und haben letztendlich keine ausreichende Ausdauer. Und haben Ausdauerleistungsfähigkeit und damit Versorgung. Bereitet euch vor, wärmt euch auf, achtet auf Ermüdungserscheinungen, kontrolliert eure Bewegungsqualität. Denn wenn das auftritt und ihr plötzlich in einen Sprint kommt, dann kann ganz schnell der Muskel überlastet werden. Aber mir ist lieber, und das sollte unsere Challenge sein, ihr hegt und pflegt eure Muskeln präventiv. Massiert sie, streicht sie, wärmt sie möglicherweise auch mal aus, insbesondere nach dem Training. Reibt vielleicht besondere Stellen immer mal mit Eis ein wenig ein, um so Ansatzprobleme ein wenig in den Griff zu bekommen. Und das Wichtigste ist, trainiert vor allen Dingen, übt Zug auf die Muskulatur aus. Und das heißt, immer so nach dem Training ein bisschen Dehnung. Und das solltet ihr ab heute immer mal wieder machen. Zur Wellnesskur der Muskulatur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017